Hallo, ich bin Micha. Ich bin der Andi. Und ich bin der Benni. Und hinter uns ist die Insel Norderney. Und das hier ist lustige Witze in 3, 2, 1, GO! Wenn du einen Korb kriegst, einfach mal laut murmeln. Nicht mal die hässlichen kriege ich ab. Ein herrliches Wetterchen in diesem Urlaub. Ich glaube, ich werde mich diese Woche komplett entspannen. Ich werde nichts machen, außer die ganze Woche in meinem Schaukelstuhl sitzen. Ja, und was machst du die zweite Woche? Da werde ich vielleicht ein bisschen schaukeln. So eine Scheiße. Alles für ein lustige Witze-Intro. Warum muss Friesen immer blau auf? Das ist ein Löffelstück. Genau deswegen trägst du eine Schutzbrille. So, wir sind hier gerade beim 8. Finale. Deutschland gegen England. Du, der Schritt ist doch 0-0. Müller am Tor vorbei! Nein! 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 242 Stufen. Der war ich schon übrigens. Komm! 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 Ich habe hier 3,5 Euro bezahlt. Ich zahle Geld, damit es mir schlecht geht. Durchsage auf der Titanic. Heute nominieren wir alle Besucher Eisfakfischer Mensch. Mein Herz schlägt schneller als deins. Andreas Turan zinkt jetzt auch auf Beerdigung. Ich habe meinem dreijährigen Sohn einen Welpen gekauft, damit er bei 38 Grad im Auto nicht so allein ist. Sind wir schon da? Nein! Wir sind im vierten. Und wir sind im sechsten. Warum nehmen Ostfriesen immer eine Schere mit auf Verbrecherjagd, damit sie den Verbrechern den Weg abschneiden können? Klopf, klopf. Wer ist da? Die Liebe deines Lebens. Quatsch nicht, Unterberg kann nicht sprechen. Im ersten Ehejahr strebt der Mann die Vorherrschaft an. Im zweiten die Gleichberechtigung. Im dritten die nackte Existenz. Übrigens, hier hat Werder Bremen früher Trainingslage gehabt. Jetzt nicht mehr, ja? Das ist egal. Was braucht man für die Wiedervereinigung der Beatles? Eine Pistole und zwei Kugeln. Und was macht ein Ostfriesen, wenn er ein Loch im Boot hat? Er bohrt ein zweites. Das Wasser muss ja auch irgendwo ablaufen. Schöne Strähne hast du übrigens. Warum hat Ostfriesland keine eigene U-Boot-Flotte mehr? Die sind alle am Tag der offenen Tür untergegangen. Was steht auf dem Grabstein eines Wanderers? Er ist zu weit gegangen. Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Einen. Denn wir sind effizient und humorlos. Du trinkst heute aber auch noch ein Fleckchen. Wie viele Ostfriesen braucht man, um eine Kuh zu melken? Acht. Die vier halten die Euter fest und die anderen vier heben die Kuh hoch und runter. Acht. 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 Hekt. Acht. Huarte. ass. Spidi, war das nicht cool? Ja, wa? Wenn ihr früher unserer Nice-specialad abused wie wir ihnen gefallen, greifen habt, verteid uns einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar. Wenn ihr hier oben rechts klickt, kommt ihr auf die Folge aus Island, und unten rechts auch noch rechts kommt ihr euch auf die Folge von Los Angeles! Tschüss. Schreibt einen Kommentar und haut raus.